Bist du der Bäcker? Ja. Ja? Was jetzt? Was ist das? Backe. Backe? Schau mal, unser Blech ist gleich voll. Das Blech ist gleich voll. Ich brauche noch ein bisschen Teig. Ein Schweinchen. So, komm. Gib mir her das Schwein. Das habe ich gleich. Da drauf. Jetzt tun wir es in den Ofen, okay? Nein, ich habe ihn fertig gemacht. Ich darf noch Platz. Okay. Willst du noch mal rollen? Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche noch mal so hoch. Okay. 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 Okay.